Die meistgeschauten Clips von Papa Platte, die will ich auf jeden Fall nicht sehen. Rein in die Masse. Ach, Digga, Kevin, halt deine Fresse. Krieg ich direkt wieder Bock auf PUBG, ne? Das war noch die OG-Time. Kevin Keller. Oh mein Gott, Bro, wie unangenehm. Wie unangenehm heißen sie mit Nachnamen Keller, ihr Vater hat angerufen, sie sollen Domo rauslassen. In dem Restaurant, wo die gerade sind, wie unangenehm. Oh, okay. Gut, danke. Mein Vater hat angerufen, ich habe Domo rauslassen. Oh, Junge, wie geil. Mann, ich kann mir gar nicht vorstellen, was das gerade war. Das muss wirklich einfach nur ein kranker Zufall sein, oder? Warte mal. Moment. Hallihallo, ich bin's. Ist das Kevin's Dad? Mama, da ist keiner dran. Du hast mich verarscht. Sau lustig, Kevin. Sau lustig, sich über den eigenen Erzeuger lustig zu machen. Richtig. Dafür will ich gleich bei Among Us umbringen. Was ist mit Christian? Alles okay? Ja, alles cool. Lost. So verdient, du Hund. Okay, Tür ist zu. Fuck. Dumm, Alter, Junge. Lost. Houston, wir haben ein Problem. Cooles Zitat, Kevin. Cooles Zitat. Die Wand ist voller Oreo-Shake. Fuck. Oh, Counter-Strike. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass irgendwo auf der Welt jemand gerade seine Katze vergewaltigt und in den Arschballer? Nein. Nein, habe ich persönlich nicht darüber nachgedacht, Bro. Da habe ich... Marcel. What the fuck? What the fuck, Kevin? Digger. W- Was? W- W- Wieso denkst du über sowas nach? Junge, der ist doch... Also, der muss doch auch eine Störung haben. Lächer an dich. Kommst du hier hin, guckst du die Scheiße an. Irgendwo muss hier ein Loch in dem Dino sein. Wir müssen das Loch finden und dann müssen wir das Ei hier reinschieben. Hi, oh Mann, Jungs. Hi. Der Daddy muss mal ganz kurz gucken, wie der ganze Hase hier geht. Boah, Kevin, das ist so unangenehm alles. Halt die hier, auf der Seite. Aber es wird süß. Ich mag's. Einmal den scharfen Burger. Vielen Dank. Und ein bisschen Chicken Burger. Guten Abend. Danke. Kevins IRL-Street sind ja überunangenehm auch. Boah, richtiger Cringe, Christoph. Green, komm her, du fucking Bitch, all right? Yo, yo, Pussy-Dudes. Komm her, Tyler-One-Dude. Boom, Junge. Oh, Tyler-One-Bro geslayed. Boom. This is fucking Rache, all right? Für fucking letzte Woche, bitch. Oh, behind us. Somebody's behind us. I fucking up. I fucking up, dude. Help. Wie schlägt dein Tyler-One zu? I was pressing right-click. I don't even know how to use it. What? What? Easy clap, dude. Stark, stark. Oh mein Gott. Was hat er sich denn da bestellt? Tidid. Ja. Es kommt einfach in der Ananas, das Essen. Was ist das denn? Vielen Dank. Oh, Jesus, dog. Gönung, Alter. Maximale Gönung. Yo, bro. Chat, Alter. Jesus, der shit is dope. Oh, klar, Jungs. Ich dachte, ich dachte morgen, wie es war. Yo, Dry, vielen Dank für den 10 Monate Resub und playing auf, ähm, Fero. Imagine damals, wo Kevin noch nicht fett und hässlich war. Oh, ich dachte gerade, du willst deine Titten zeigen. Ich schwöre, Alter. Du hast so hier angefasst, ich dachte, du flashst du deine Boops, Alter. Junge, ich hab schon meine Karriere zu Ende gesehen, Alter. Aber es ist doch egal, da hast du jetzt in Bitcoins investiert. Digga, Alter, gut, dass ich in Bitcoins investiert habe, Alter. Junge, mein Stream wäre RIP gewesen, Alter. Eilig, scheiße. Junge, also, Digga, dass der so groß werden konnte. Da muss doch auch irgendwas vorliegen, geistig. Kuss, ich liebe Kevin trotzdem, ich mag ihn trotzdem. Genau wegen solchen Aktionen. Ich würde Justin, Kuss, Tobix, Dankeschön, Bro. Erstmal Jump spielen, wo keine sind. Digga, diese Frisur. Was macht der denn da, Junge? Digga, hat er sich gerade an den Schwanz gefasst? Kevin, Alter, bitte, Digga. Ich glaube, wir haben noch einen Kanal neben Gewitter im Kopf, wo jemand... Kevin. Wir gönnen es ihm, natürlich. Wir gönnen es ihm. Aber Cringe Christoph. Okay, ich hoffe, es hat euch überzeugt, jetzt Milestream zu gucken und nicht wenig streamen. Absolut. Justin Donald. Boah, Digga, ich hab mir gerade auch voll geschissen. Boah, Junge. Die Bullen. Die Bullen. Der kotzt einfach, der kotzt einfach, Bro. Der kotzt. Der kotzt. Ich muss sagen... Was ist das? Piro. Piro, Digga. Oh mein Gott, ich erkenne es. Ich meine, wer würde da oben eine Kiste mit wirklich sinnvollem Stuff hinmachen? Niemand, oder? Da oben würde niemand guten Stuff hin... Oh, Junge. Wie peinlich, Digga. Und das sag ich, der schon 50 Mal bei Waro gestorben ist. Genau das deutsche Tode. Oh, 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 oh. Aber die normalen Multiplayer, Digga, das ist mir zu abgefuckt. Und dann noch auf Konsole, Digga. Okay, wir skippen weiter. Alter, was ist denn da los? Mann, Alter, der Arme, der braucht ja Hilfe. Der muss gefüttert werden. Kann ich jetzt weiter meinen Job machen? Cindy, by the way, low-key wirklich... Also, was heißt low-key? High-key. High-key, super, super cooles Mädchen, ehrlich. Hätte ich kein Geld, sonst brauche ich nicht, wer ich ist. Also, wirklich super sympathisch, Mann. Auch super cute, die beiden zusammen als Paar zu sehen. Guck mal, wo Kevin fünf Kilo weniger hatte, direkt anderer Mensch. Viel, viel attraktiver. Kevin, ich will dich jetzt nicht fronten wegen deinem Körper. No body shaming, aber ganz ehrlich, Kevin. Mach was draus. Was schweres, Jungs, was Cindy liebt, ist, wenn sie lange in der Küche sein kann. Ach, Kevin, Digga. Dass du dir solche Sprüche rauslässt. Kacken? Kacken, was ich will, Alter. Hör mal. Die Lache. Ja, aber schon mal, die sind schon süß, die zwei. Guck mal. Lass den Herren des Hauses jetzt bitte weiterspielen. Nudelauflauf, hast du Bock auf irgendwie so auflaufmäßig was? Nein, 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 Hände weg. Hände weg. Hallo. Nein, 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 nein. Weg damit. Geh weg. Ich bin schon echt weit. Mehr oder weniger. Ich war hier schon fünfmal, aber... Geh weg. Nein, jetzt verpiss dich. Geh weg. Ey, das ist schon süß. Man kann sagen, was man will. Die beiden sind cute, Alter. Äh, gerade. Ich bin gerade auf Arbeit. Was ist denn da passiert? Junge, Kevin, Alter. Und dann noch die Dono, Digga. Boah, Kevin, Alter. Boah, Kevin, Digga. Also, das ist doch... Dieser Rundrücken. Mashallah, Bruder, die Skipiste. Ist ja noch schlimmer als bei mir. Ja, ich würde sagen, wir machen die einfach so ein bisschen rein. Boah. Was ist mit dir? Ich mag sie. Was für Ehrenmann. Boah. Ich muss sagen, das ist wie so ein Schwanz hier. Nochmal beide übereinander, die Mädchen. Besser ist, Alter. Ja, jetzt ist es noch schlimmer. Mann. Ja, warte. Ach, Mann, Alter. Mocker ist. Wir fielen einfach hier rum. Unangenehm. Ach, Digga. Ich lue gerade wie so ein Fisch, Alter. Wieso baut der auch nicht? Digga. Ja, Mann. Ja, Mann, Aben. Ja, Mann. Komm, Kevin, Aben. Ja, Mann. Kinn dich. Ach, Mann. Okay, Leute, passt auf. Also. Sehr schön. Wirklich sehr schön. Passt auf. Es geht nur auf. Ich bin. Vill源ë Also, da muss das sind. Vielen Dank.